Willkommen zurück bei COD Black Ops 2. Dieses Mal zu einem kleinen Waffenspiel. Ist das gleich wie ein Battlefield 3 Gunmaster, nur halt in COD. Und dass man mit jeder Waffe nur einen Kill braucht. Und ganz offensichtlich auf der Map Hijacked, also auf der Schiffen-Map, da habe ich gerade eben schon eine Runde gespielt, war gar nicht so schlecht. Und da dachte ich mir so, ja kann man machen. Kann man ja mal machen hier. So. Voll so. Und so. Aber da muss ich gleich mal an Grafik anstellen und ein bisschen was ändern. Und zwar werde ich in Graphic... Mann. Entweder sieht ganz aus und er fixe der Amei auch mal aus. Dann wird vielleicht der ein oder andere Ruckler oder so vermieden. Und dann kann es da losgehen. Boah, Glück gehabt. Richtig. Juhu. Oh Mann. Es ruckelt halt immer so ein kleines bisschen, wenn ich, ähm... Wenn ich anvisiere. Nein, verdammt. Kacke. Okay. Weiter geht. Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer. Oh, ne, das ist auch vor, ne. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Juhu. Foliaio. Oh, fuck. Boah, zum Glück hat er mich nicht gemessert, ey. Hätte der gescheite Reflexe gehabt, hätte er mich gemessert. Krosser Scheiß. Oh. Ja, geil. Oh nein. Mann. Okay. Läuft aber schon gar nicht so schlecht hier. Ach, das ist eine Salvenwaffe. Wie schwul ist das denn? Juhu. Hm, läuft eigentlich sogar sehr gut. Ach, das ist auch eine Salvenwaffe. Oh, wie schwul ist das denn? Ist ja voll scheiße. Ich mein, wenn ich es wenigstens wüsste. Nein, oh, jetzt wollte ich ihn messern. Oh, zum Glück hat er mich nicht gemessert, der ist sehr bitter gewesen. Aber ich bin da eine Waffe hinten dran. So läuft es nämlich hier auch wie im Battlefield. Nur hier wird man gleich eine ganze Waffe hinterher geschmissen, weil man natürlich einen Kill für jede Waffe braucht. Von daher ist es ein bisschen mehr Arsch als im Battlefield. Oh ja. Na, wo war er jetzt? Oh, da ist er, na. Juhu. So, oh. Na. Mann. Jetzt hat er mich gemessert. Der Arsch. Oh, da drüben war einer, glaube ich. Juhu. Geil. Nein. Ja, Mann. Ja, Mann. Roster. Nein, ich wollte ein Messer. Ja, Mann. Ja, Mann. Oh, oh. Ja, Mann. Juhu. Da ist noch einer. Ja. Ja, haha. Ne, 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 ne. Oh. Ja, fuck. Läuft ja richtig gut hier gerade. Nein, oh. Was habe ich denn hier? Oh, 19.9. Geil. Da läuft ja richtig gut hier gerade mal. Sehen wir lang noch. Geil. Nein. Oh. Ah, den X-Bow gibt es hier auch. Interessant. Und da ist direkt einer. Ich weiß gar nicht, ob der One-Shot ist. Nein. Oh. Der schießt anscheinend so... Ja, so Explosionspfeile vermutlich mal. So weird. So wie es aussieht. Na, ich habe verloren. Nein, ich bin Zweiter. Hammer. Geil. Boah, zwei Kills hätten mir noch gefehlt. Nein, verdammt. Wir zweimal gemästert worden. Worden. Sieht man auch hier. Rückschläge zwei. So. Kommt schon, nächstes Game gewinne ich. Das muss, das muss. Ja. So boah. Ähm, ich bin für Plaza. Ja. Und ihr alle auch hier. Plaza! Ich will da Plaza haben. Und die gehen alle raus. Ich verstehe es nicht. Bleib doch da. Bleib doch da. Mensch. So ein Humbug. Ein Humbug. Ja, okay. Los geht's. Da vorne ist einer. Da geh ich. Ist er da. In dem Haus. Mutig. Juhu. Also ich muss ja sagen, Gunmaster ist vor mein Ding. Und da ist einer. Juhu. Das finde ich nur ein bisschen dumm, dass man die Gegner hier sehen kann. Ist irgendwie so ein bisschen voll schwul. Ja, Mann. Der ist Pump. Das heißt, ich kann wahrscheinlich... Oh. Nein. Oh. Boah, der hat mich nicht gemessert. Danke, Junge. Danke. Oh. Da war da nur einer. Bleib still. Nein. Dammit. Nein. Oh, ich hab's befürchtet. Da kommt Kletter da hoch. Junge. Oh. Glück gehabt. So ein kleiner Wichser. Unglaublich. Hä? Wo ist der einen hin? Hallo. Nein. Na, jawohl. Ich hab den noch gekriegt. Sauber. Sehr gut. Sehr gut. Oh, da vorne ist einer. Oh. Ja, Mann. Ne, 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 ne. Du Lusche. Oh. Ja, genau. Weißt du? Das spawnte direkt da. So wieder. Top Spawn System. COD. Jo, geil. Boah. Glück gehabt. Hui. Da unten ist auch einer. Und nächste Waffe. Die Gegner werden da mal auch angezeigt. Ist ein bisschen schwul, aber gut. Ist halt zu meinem Gunsten eigentlich so. Oh, ich geh jetzt mal hoch hier. Guck mal. Verrückter Mongo. Oh, oh. Oh, oh. Oh, scheiße. Okay, da hatte ich glaube, ja, da hatte ich gar keine Chance gegen. Weil die Sniper FF Fernkampf ist für sowas wie jetzt gerade, wenn ich auch getroffen hätte. Na. Verdammte Scheiße. So ein Wichser. So ein Wichser. Okay, geh mal hoch. Oh. Nein. Boah. 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 Nein. War das Demütigung? ja toll höchst jawohl sauber gut nein auch kommen der Ort den hätten sie auch gilden lassen können, finde ich. Vor Na, nur förder. Vor allem in COD geht's ja auch gar nicht drum, ob du triffst oder nicht. Da geht's drum, lassen die es zählen oder lassen die es nicht gilden, weißt du? Vor allem, weißt du? Ja man, nimm Sprung, ey, like a pro. Like a little Toculb. Sauber war wieder ne gute Runde. So, eigentlich alle mal muten hier. Alle muten. Jetzt gehen sie wieder alle raus, boh mal auf hier. Gut, aber für die Runde mach ich jetzt erstmal nen Cut und nehm jetzt gleich mal die neue Runde auf. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.